Das ist die Wahlinformation der Piraten Deutschland Berlin für die Wahl am 26. September. Die Welt verändert sich ständig und wir kommen nicht hinterher. Wir könnten seit 15 Jahren mit Vollgas die verfügbaren digitalen Technologien sinnhaft verwenden. Unsere Gesellschaft leidet unter Intransparenz, sichtbar an, Buchermieten durch Machtlosigkeit sowie aus einem Impfchaos folgenden Grundrechtseinschränkungen. Wir stehen an vielen Stellen still oder sind im Zombie-Modus durch unsere Bürokratie-Hölle. Und uns fehlt das digitale Fundament durch eine Netzabdeckung, für die man sich fast schämen muss. Die politische Mitbestimmung ist off. Wir rennen und rennen immer schneller im Kreis. Und das in Zeiten, in denen eine weltweite Pandemie ein Symptom unserer Systemprobleme ist. Stichwort Klimawandel. Wir verbauen uns die Zukunft. An den wichtigsten Stellen wie beim Homeschooling zu sparen, führt zu keiner Lösung. Wir, die Piraten, arbeiten schon seit 15 Jahren digital. Smarte Digitalität ist unsere Grundlage, die wir uns durch Höhen und Tiefen erarbeitet haben. Wir stehen für Transparenz, angefangen von einem Lobby-Register bis hin zu einer zeitgemäßen Corona-Politik. Wir ziehen auf eine agile Verfassung ab. Das heißt unter anderem endlich barrierefreie Online-Verfügbarkeit. Es wird Zeit für Netzsicherheit und kompetente Aufklärung durch eine verlässliche Infrastruktur. Die Technologie steht bereit, um digital mitzubestimmen. Wir müssen es bloß wollen. Die Ressourcen, die wir haben, reichen. Wir verwenden sie nur äußerst suboptimal, indem wir sie zum Beispiel um die ganze Welt schicken. IT ermöglicht es, diesen Zustand zu vermeiden. Und ja, es gibt für alles ein Aber. Aber wir laden dich aktiv zur Mitwirkung ein. So kommen wir zu einem wissenschaftlichen Ergebnis. Wir, die Piraten, befähigen, indem wir die richtigen Stellschrauben angehen. Wir begleiten im Austausch mit den Menschen Wandel, die schon lange nötig waren. Letztlich haben wir ein Auge darauf, dass etwas zur Besserung passiert, aber nicht irgendwas. Aufbruch in die Zukunft. Smart, innovativ, mit Piraten. Piraten, wir sind das Betriebssystem für digitale Problemlösung.